Hallo, mein Name ist Alexandra. Ich erkläre heute Abend zwischen 18 und 19 Uhr den Dativ und Akkusativ. Wenn du auch Zeit hast, sie zu treffen, dann komm doch vorbei und lock dich ein auf unserer Seite traingerman.com. Geh auf Posts und dort findest du den Zoom-Link. Ziel ist es, dass du am Ende der Stunde auch anderen selbst den Akkusativ und Dativ erklären kannst. Denn dann bist du auch der Akkusativ- und Dativ-Profi. Freue mich auf dich, bring ein bisschen Lust, Freude und Energie mit, dann wird es eine gute Stunde.